Herzlich willkommen bei der Laverana. Lavera ist eine Erfolgsgeschichte, auch für die Region Hannover. Wir befinden uns heute an unserem Produktions- und Logistikstandort in Basinghausen. Wir produzieren hier über 300 Produkte, die wir weltweit in 40 Länder verkaufen. Egal ob in der Produktion, im Marketing oder Forschung und Entwicklung, wir alle arbeiten jeden Tag an der Vision unseres Gründers Thomas Haase und wir sind auf der Suche nach Naturtalenten. Wir schauen heute mal in die Produktion rein und würde sagen, lasst uns reingehen. Hand anlegen Dich bewegen Du möchtest bei uns was bewegen? Warum zu Lavera? Weil Lavera made in Germany ist. Weil Lavera sich für Nachhaltigkeit engagiert. Weil Lavera sich für Tierwohl einsetzt. Wenn Du denkst, dass es perfekt zu uns im Team passt, dann bewirb Dich auf lavera.de Wir freuen uns auf Dich!